NAAA nimmt da jemand auf? Hey Nein Wirklich exakt auf der Sekunde Ernsthaft 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 Diara Für. Alter Weißt du, die macht mich heute komplett kaputt, Mann Wohin das? Jetzt das? Ich versteh's nicht Dankeschön, Diara Du Doofnuss Für. Tier 3 Sub. 29 Monate insgesamt Dankeschön Ich bin geflauscht, du Doofnuss Exakt auf der Aufnahme Die Drückaufnahme Puff Warte mal, mach mich fertig Wo bin ich? Was mach ich hier? Ja, jetzt hier, willkommen zurück bei Pokémon Diamant Mensch Oh je Gut Gut, gut, gut In der letzten Folge Haben wir Coole Wettbewerber bestritten War echt spannend Das war wirklich spannend Sollte die Folge verpasst haben Schaut die unbedingt an Das war, wow Das war spannend Sü Oh, fie Heute jetzt Oh mein Gott, ich bin jetzt voll durch, weißt du Danke, Diara, Mann Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich Ah ja Hä Es ist Nacht Ja, es ist jetzt aber Jetzt kommt ja auch noch daher Jetzt kommt Lucky auch noch daher Was ist das jetzt hier? Voll die Gilden-Folge hier Tadda Hast du mich, äh Hast du mich schon wieder warten lassen, Lucia? Ja, ist inzwischen stärker Du oder ich, wir finden es sofort heraus Ey, du bist jetzt ein Trainer, also musst du immer mit einem Kampf rechnen? Kein, ja, Mann Kein Zögern Los geht's Das ist Lucky Okay Ja gut, oh Mann So daran habe ich ja gar nicht mehr gedacht Alles klar, dann kämpfen wir hat mal ein bisschen Oh Mann Hatte ich eigentlich andere Dinge vor, oder? Ey, der Part fängt schon wieder an Let's go Riolo Genau, mit Riolo haben wir nämlich den Wettbewerb bestritten Das war ganz cool Machen wir mal Gegenschlag Ja, natürlich Aber das ist doch nur, wenn KP unten sind, ne? Ich mach das trotzdem Ach ja, schön Notsituation, das ist aber nicht so geil Notsituation auf Konter ist glaube ich auch sehr interessant, oder? Oh ja, ich kann auch fies sein Oh, das kannst du Lucky Das kannst du Was? Ja, jetzt schluckst du natürlich viel Weil das ja ungefähr auf das runter bricht, was ich Schaden gemacht habe Mach das, machst du das jetzt nur noch? Bist du bescheuert? Okay Okay Kraftbälle Kräftige Bälle Bambambambam Bambambam 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 So Ehrlich Wunderbar Bammelin Lucky setzt sich selbst ein Finde ich gut Ähm Wir machen jetzt mal Kirlia Ist ganz wichtig Eigentlich Karpador Wegen Elektroattacken und so ein Scheiß Aber Erstmal Kirlia Das müssen wir trainieren noch Auf 25, oder? Was war das jetzt? Weiß ich nicht mehr Wir wollten ihm glaube ich noch eine Attacke beibringen oder sowas Keine Ahnung Ich glaube das geht straight eigentlich genau richtig Wassertempo, cool Konfusion Auf gehts Jetzt hier ein bisschen Hm Ja Mh Sehr schön Sehgesang Füllt die Kp wieder auf Heißt ja jetzt heute auch anders, oder? Heißt das jetzt Seeglocke oder Wie? Keine Ahnung Das wurde ja auch umbenannt, ne? Richtig seltsam immer alles Ganz komisch Bin ich kein Freund von, wenn man plötzlich Dinge umbenennt, die einfach jahrelang genau gleich hießen. Was ist denn jetzt mit meiner Stimme, Mann? Sorry. Okay. Aha. Genau, das hast du noch. Habe ich ganz vergessen, weil ich das ja jetzt auch habe. Jogu, dann Doppelteam meine ich natürlich. Teleport, ja, ganz klar. Schaut sich um gut, keiner da. Schnell mal was eingeworfen. Denk dran, ich hab dich ganz doll lieb. Ich helfe, wenn ich kann. Pass mich so viel du willst, niederherz. Willst du mich irgendwie flixbussen? Ich ramme dir meinen Geckoschwanz in die Nase. Bring mich jetzt nicht hier raus. Fuck. Warte, warte, warte. Was? Moment. Was? Leara, was du machst? Du kannst doch nicht... Du machst ein... Vor allem schaut sich um gut, keiner da. Bist du... Ich... Alter. Das war's doch mal mit der Aufnahme, Alter. Du kannst doch nicht... Du kannst doch nicht... Du hast... Zwei... Schreck zurück, ja. So fühl ich mich auch gerade. Verarbeiten. Verarbeiten. Ihr müsst wissen. Oder ich weiß nicht, ob ihr es müssen müsst. Jetzt ist so oder so schon alles heftig. Zwei Mal? Ist gerade ein bisschen schwindelig, ne? Pfff. Alter. Leara, ich... Hass mich so, wie du willst. Ich hasse dich hart. Das... Ne? Boah. Das ist ja... Das ist... Alter, Leara. Dankeschön. Du machst mich fertig in dem Let's Play. Muss man auch erst mal hinbekommen. Ich bin wortlos in dem Let's Play. Wird jetzt ein Walkthrough. Alter. Scheiß. Okay. Das war's mal wieder komplett. Leara. Das Ding ist, die hat das... Jetzt heute zweimal gebracht. Hm. Plus auch noch jetzt... Stufe 3 Sub. Leara, Alter. Übertreib's doch nicht so unglaublich hart. Aber tausend Dank. Ich weiß wirklich überhaupt nicht mehr, was ich sagen soll. Da fehlen einem komplett die... Ich weiß es nicht. Komm, also... Ich... Weiß nicht, was ich da... Ich kann keine Worte... Ich tun... Tätten... Nein, nicht das Kapper! Nein! Sprachenlernen Bubble. Ich... Ich... Pass auf! Das ist wirklich übel heftig. Das ist... Also du... Über... Also... Boah. Übertreib's doch nicht so unendlich hart. Aber tausend Dank, Leara. Ich dank dir wirklich von ganzem Herzen. Doofnuss. Du komplettes Doofnuss. Fuchs. Flausche Fuchs. Du geile Sau. Was soll ich da sagen? Da geht mir ein bisschen die Pumpe... Da geht mir ein bisschen die Pumpe... Weil ich... Habe tatsächlich im Moment ja ein bisschen finanzielle Probleme... Und gerade Juli und August... Sind für mich extrem schwere Monate im Moment. Weil ich gerade auch leider im Moment ein bisschen Kreditschulden aufhabe und so weiter. Jetzt kommt Leara daher... Und rettet... Rettet mir auf einen Schlag den August. Da geht einem ein bisschen die Pumpe gerade. Ohne Scheiß. Ich... Dank dir wirklich so hart. Ich weiß gar nicht was... Wie du mir damit... Wie du mir damit hilfst, Alter. Das ist... Ui! Danke. Danke, danke, danke. Danke an... Einfach jeden von euch. Die mich immer so stark supporten. Das ist der absolute Hammer. Nicht was... Nicht was ich sagen soll. Danke. Wirklich. Ihr... Hat mich echt... Ihr habt mich echt gerettet. Im Juli erst schon auch... Mit der Miete. Dank euch konnte ich... Zum Glück... Wirklich... Dank euch... Konnte ich jetzt meine Juli-Miete bezahlen. Und dank euch... Habt ihr mir jetzt auch noch den August gerettet. Danke. Wirklich. Von Herzen danke. Das ist der absolute... Ich... Und ich weiß, dass das nicht selbst... Das ist absolut nicht selbstverständlich. Und ich... 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 Fühle mich immer dämlich. Ich weiß nicht. Ich kann nur Danke sagen. Das ist so viel, was ihr immer für mich tut. Und dann kann ich einfach nur Danke sagen. Das fühlt sich so viel zu wenig an. Aber wirklich trotz alledem Danke von Herzen. Wirklich. Das ist jetzt einfach nur so ein Danksagungspart. Kann das sein? Puh. Muss ich... Was? Du willst mir was machen, dass ich verloren habe? Ach so. Ach ja, stimmt. Wir haben ja gerade noch gekämpft, Lucky. Ach... Ach Lucky, du. Hab ich gar nicht mitbekommen. Ich war gerade mit was anderem beschäftigt. Ist schon vorbei. Boah Lucky, was kannst du eigentlich? Boah, du hast... Mein Team schon wieder ausgeschaltet? Du verhinderst doch absichtlich, dass ich der größte Trainer der Welt werde. Ach nein, unsinnig. Ich muss einfach nur trainieren. Und dann eines Tages. Genau. Als nächstes gehe ich zur Schleie in der Arena. Bis dann, Lucia. Du wirst dich wundern, wie stark ich bei uns am nächsten Treffen sein werde. Oh ja, sei stark, Lucky. Sei stark für mich. Ich trage einen Mini-Rock-Lucky. Ach so. Alter. Ich... Hab die beste Gekko-Gülle der Welt. Dankeschön, Leute. An jeden einzelnen. Danke nochmal. Ich weiß nicht, was ich sagen muss. Danke. So, jetzt gehen wir aber hier weiter. Hallo, hallo. Willst du ein Pokémon-Ei? Äh, das wurde in der Pokémon-Pension in Trostow gefunden. Genau da wollen wir jetzt eigentlich hin. In dieser Folge. Möchtest du es haben? Ja, natürlich. Augenblick. Du hast nicht genug Platz für das Ei. Was soll denn das heißen? Ich hab genug Platz für das Ei. Excuse me, was? Das ist ein sehr merkwürdiger Part. Wirklich. Das ist, äh, ich glaube, die merkwürdigste Folge meines Lebens. Was geht hier ab? Pass mal auf. Ich muss mal kurz... Ja, es passt eigentlich ganz gut. Dann kann ich dieses komische Zubat... Krambox ist hier in der Box. Dann kann ich dieses Zubat hier, nehm ich mal... Oh, abklatschen. Und dann nehm ich das Ei mit und brüte das Ei aus, ja? Oh, ja. Schade, dass es nicht Lucky's Ei ist. Hm? Was? Ich mein... Hä? Was ist denn los heute? Alter. Äh, eben wacht. Ist das ja mal... Mitten in nem Let's Play. Hallo, hallo. Willst du ein Pokémon-Ei? Das wurde in Troste gefunden. Möchtest du's haben? Hier, bitte. Danke. Was war denn in dem Ei nochmal drin? Oh, ich weiß. Ich habe etwas über Eier gehört. Wenn du mit diesem Ei und mit energetischen Pokémon reißt, dann schlüpft etwas. Du, äh, das hat irgendjemand mal behauptet. Vielleicht, äh, Professor Lind aus Joto. Schön... Oh, schönes Easter Egg. Oh, schön. Das kann natürlich definitiv sein, weil er ist ja für diese Zucht von Pokémon, ne? Er erforscht ja die Zucht und so. Wie schön. Wir streamen eigentlich auch im Moment Pokémon-Kristall. Im Moment ist Ocarina of Time vorrangig. Wenn das aber abgeschlossen ist, geht's auch wieder mit Kristall weiter auf twitch.tv slash AuraGekko. Link in der Videobeschreibung. Äh, genau. Wir streamen der Zeitstand gerade jetzt hier. So eigentlich normalerweise. Kristall ist halt, ne? Ist noch offen als Projekt auch, ja. Ich weiß wieder, was aus dem All kommt, auf jeden Fall. Äh, werden wir, werden wir brüten. Werden wir auf jeden Fall ausbrüten. Ähm, ich werde jetzt erst einmal meine Pokémon heilen gehen. Ich beende dann jetzt die Folge direkt auch schon wieder. Das war eine andere Folge. Ui, da, wir waren du. Das war mal was anderes. Liara, wirklich, du bist so doof. Du bist so doof. Was hast du aus dieser Folge getan? Wie soll ich die nennen? Liara zerstört mich. Ich weiß nicht. Flauschfuchs. Irgendwann. Ich hab, ich muss mal gucken. Aber danke. Danke für den Support. Danke an alle, die diese Folge angeschaut haben. Das ist auch Support. Danke überhaupt an jeden, der einfach auch meine Videos auf YouTube schaut. Danke an jeden Einzelnen, der immer auf Twitch dabei ist. Einfach danke für alles. Wirklich. Ihr seid die Besten. Hashtag alle loben. Ganz wichtig. Das will ich jetzt wirklich vor allem unter dieser Folge in den Kommentaren sehen. Bitte. Hashtag alle loben. Lobt euch mal selbst. Lobt mal alle. Lobt alles. Ja. In dem Sinne. Wir sehen uns direkt wieder in der nächsten Folge. Da sind wir dann wirklich jetzt unterwegs. Nachtrufst du. Bis dann. Danke, tschüss. Euer flauschiger Flauschegecko. Danke. Ich weiß.